Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Südtiroler Kulturinstituts und Abonnent im Theater. Das Südtiroler Kulturinstitut spielt eine äußerst wichtige Rolle für die Kulturarbeit in Südtirol. Das Kulturinstitut arbeitet seit vielen Jahren mit Bühnen aus dem gesamten deutschen Sprachraum zusammen und bringt wertvolle Aufführungen nach Südtirol. Ich gratuliere dem neu gewählten Präsidenten des Kulturinstituts, Hans Christoph von Hohenbühl, und wünsche ihm und seinem gesamten Team viel Erfolg für die nächsten Jahre und für seine Amtszeit.